sagen es gibt echt also wird wenn wenn jump and runs früher schon so ausgesehen hätten weil sie nicht genau als es ist es echt beeindruckend er hat nicht schild was man nicht der magnet schilder war a das herr sogar voll so weit wie gemacht das hat wohl so weit wie gemacht oder über die zweimal gehört ach ach okay wenn ich das magnet schild aktiviere habe ich aber ich muss noch etwas machen wird die kiste da oben gehalten nähe die kiste hängt an den stacheln kannst du kannst du die planke kannst du nicht einfach eine planke hin machen ja stimmend dass wir nicht ob hier ist doch mal manchmal weg ja super jetzt musst du so hoch hebt so hoch genau und wirklich was ist mit der kiste los ist sie verschwunden dadurch kannst du so viele objekte machen insgesamt ja er machte musst du halt eine planke und eine kiste machen müssen geht es nicht ja dann mach mal eine kiste ja aber muss erst mal den mann genau machen wir mal das machen wir mal den hebel hoch bei dir links so genau jetzt kannst du das wieder runter klemmen da muss jetzt eine planke die muss jetzt festhalten die zu kurz dies nur die ist zu kurz erwarte ist kein problem halt einfach den links gedrückt so so lange wie es geht länger geht mehr dass das reicht das reicht ja das reicht perfekt schnell hoch warum du auch ja gut die dinge sind jetzt sehr schön so hier muss links und rechts das also ich muss oben das wasser quasi perfekt wie warum ist das noch so das macht der magier gemacht ja sehr gut geschaltet das ist ja auch im fliegend nächsten fliegenpilz der außen fliegenpilz müssen der herrn sie dir irgendwie aus wie so ein bisschen wie eine fleischfressende pflanze oder bis rechts nicht mehr ja klar ohne mund nur hier rechts ach so hier rechts ist nur checkpoint da rechts geht weiter naja ich weiß also ja gut hier wir laufen ja auch von links nach rechts noch auch erst wiederum schießt das ich hab grad weiß auch hier ausgemacht ach so uah achte und ich hab's gerade so geschafft gerade so ich glaub da unten ist aber noch was endlich gesagt oder ne ist nix mehr ne ne braucht nicht mehr unterzunehmen ich zieh deine gedanken alter jetzt wird's hier nacht nächtlich er scheiße oh Gott Junge was ist denn mit dem kannst du mal dein Magnet scheiß ausmachen hey lol was das denn bitte mach das noch mal bitte ich will das mal sehen aber erst wenn ich drüber bin ja ja ok so so was genau ist jetzt die Fähigkeit ach ich hab das zusammengeklebt mit Magnetismus ja guck jetzt mal auf der Flanke mal da drüber macht das doch mal hier gerade 0 Guck jetzt kleben die nämlich zusammen alter was zur Hälfte ja gut aber nicht ja doch ein bisschen doch 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 er will die Kiste zahlen in der Schaum das war neu Gegner ach 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 ja auch so und in der den Schaftschuss und die Tüte drinnen der Story seiner Schild oder auch da war noch was aber von hinten kann noch einer Leute was er mit der Planke verstört werden als der Flächenangriff ja echt weil sie ja ich ume eben was war das für ein Ding Das war Lebensenergie und halt Erfahrung. Hast du keinen Schaden bekommen? Achso, nee, du hast ein Schild benutzt, ne? So, Moment, ich kann da ne Dings rein. Aua, Alter! Warum schiebst du das wieder gegen mich? Äh, du brauchst, warte mal. Hier oben links ist noch was. Brauch ich mal ne Kiste. Brauch ich mal ne Kiste. Oben links. Wart, äh, ja gut, das ist schlecht. Mach doch mal eine Kiste hier, einfach hier. Ja, warte. So, aua. Jetzt darf mich das Ding nicht nochmal treffen. Ja, alles klar. Ich bin dort. Lol. Ja, lass mich fallen. Aber wenn ihr der weitergeht, dann ist halt direkt ein Checkpoint. Ja, ja, machen wir schon. Ua, Alter. Warte. Jetzt wird auch nicht, genau. Ja, sehr gut. Äh, je, je, ja, ja, warte, jetzt. Nein! Oh, ich hatte da noch ne Kiste hingemacht. Ja, aber die hat das zufragen. Wow! Alter, wo ist denn Checkpoint? Ich schaff das alleine. Der ist direkt, wenn du die zwei Nadeldinger da über... Ähm, Alter. Ja, das war's, du schaffst das alleine. Ja, aber vorher war ja ewig keiner. Am letzten Checkpoint vorletzten sei egal. War eben schnell. Oh, ach, so, der war jeden? Ja. Na, easy peasy. Ja, weil ich so nett bin und euch diese Teile ausmach. Ja gut, das ist ja auch ein Koop. Vielleicht bin ich ja auch so nett und schieße irgendwelche Sachen mit meinen Pfeilen runter, ne? Und hol die Geheimnisse von überall. Aber Gegner kommen jetzt... Oh, Rotz! Der Schild hält nix aus! Aber wie geht das? Ja, die Dinger sind ja auch ein bisschen schwerer als sein Drecksschild, ey. Das ist ein Checkpoint, den nehme ich mal gerade. Ja, genau, den meinte ich. Alter, willst du mich verarschen? Oh, Mann! Jetzt! Ja! Lauf, springen! What the fuck? Hier unten ist ein Rätsel mit einer Pflanze. Und hier unten links ist auch was, sehe ich. Warte, komm mal wieder einer hoch. Weil da oben ist noch so eine Fiole. Komm, wieder einer hoch zu mir. Kommen wir nicht mehr raus. Doch. Alter! Hier unten ist noch ein Rätsel. Ach so, das meinst du. Warte mal. Ab geht's. Ja, da müssen wir aber eh lang. Wir müssen da eh lang. Ach so, das ist der normale Weg, alles klar. Ja, ja. Ja, hier sind schon wieder... Guck, ich hab die doch magnetisiert. Die bleiben aneinander kleben. Ja, ja, das haben wir ja schon gesehen, aber das hält nicht immer. Unten ist noch ein Rätsel, Freunde. Unten sind noch Rätsel, Freunde. Ja, hier, ja, hier, guck mal. Und dann muss das Blatt noch... Noll! Bala! Genau, das Blatt muss noch hier rein. Dann müssen zwei Leute hier draus stehen. Genau, perfekt. Wann machst du jetzt nicht? Nee, du musst das Blatt noch ziehen jetzt. Das ist da rein. Ah, so. Warte, das musst du noch da drauf stehen. Ja, genau. Jetzt haben wir's. Ja, jetzt glaub's. So, jetzt. Ähm. Oh, ne Pflanze. Ach, das hat uns so ein Blatt beschert. Ja, gut, aber das ist für den Zauberer. Warte mal, hier links gibt's noch irgendwie rein, oder? Ja, war schon, habe ich schon. Ach so, okay. Das habe ich geöffnet. Da war's klar, wo du dir. Ich echt schaff's trotzdem nicht. Don Bob. Oh. Levelaufstieg schon wieder. Alter! 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 Hede Möglichkeit nutzt aus, ey. Loll, ich, ich komme auf das Blatt nicht drauf. Gib, mach mir doch mal eine Platte. Sehr gut. ach schade direkt wieder hochgesprungen ich wusste doch was du gewitzt darf der hier vor als der die Fahner surfen alter 0 auf dem WTF das ist schreckt in der etwas anderen Variante ich bin hier oben drauf Bitches tschüss alles hat der für einen geilen Namen äh für eine geile Stimme er die Leute hat er sich mit einem Alter graf mit Prozent 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 Moment ich bin auch mal ich häng auf dem Weg ach es können wir ihn von hinten attackieren und ich auch Komm, Homer! Du machst ihn platt. Ja, und jetzt steckt der drin fest, jetzt kannst du ihn angreifen. Boah, da hast du voll den Hammer an den Arsch gerammt. Boah, da hast du voll den Hammer an den Arsch gerammt. Da hast du voll deinen Hammer an den Arsch gerammt. Springe einfach mal durch die Kugel. WITCHELF! Alter, damit hab ich jetzt gar nicht gerechnet. Oh mein Gott! Komm, der hat nicht mehr viel. Noch ein Schuss. Der wolle, der ist down. Awesome! Die haben die Knochenbrecher erledigt. Aber wie werden sie wohl mit der Hexe fertig? Wie sind wir euch da? Ja, ich lass euch nicht mehr raus. Ja, danke. Ich geh dann. Alter, aber der Boss war awesome. Guck mal, der lutscht grad seine eigenen Eier. Kannst du den noch hoch geben? Nee, geht nicht. Seine Keule leider auch nicht. Sonst könnte ich hier wie bei Harry Potter mit dem Ogre machen. Ach stimmt, ja. Ich hoffe, wir kommen unbeschadet da durch. Du kannst das Ding hier bewegen wahrscheinlich. Ah ja doch. Kannst das quasi Stück für Stück rüber, wie so ein... Moment. Genau. Alter, wie geil! Das ist ja immer mega awesome. Ja, nur nicht vielleicht ganz so weit. Jaja, sorry. Woah! Ja, ich hab mich zum Glück noch festgehalten, ey. Was war das? Komm schon, ich komm da dran! Fuck! Halt mal kurz da an, dann kannst du den mit der Kiste hochziehen. Ja, nicht mich. Ja, war auch nicht. Ja, jetzt noch links, links, links oben. Hab ich. Oh, hat er, hat er, hat er. Achso, alles klar. Alles gut. Scheiße! Ich dachte, das Ding wäre länger. Das sag doch mal, wenn du in deine Hose guckst, ne? Ich dachte, das Ding wäre länger. Boah. Ha, mir ist ja so jetzt angefangen, was ich grad gesagt hab. Ha, 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 ha. Da. Muss mich mal recken und strecken. Ein riesengroßes Baumhaus. Baumhaus. Und der Trine möchte, dass wir reingehen. Ach, der Trine könnte uns besser machen. Der Trine könnte uns besser machen. Leck mich am Arsch, ey. Gehen wir rein. Krass. Die Fackeln im Baumhaus flackerten nervös, als die Helden eintraten. Es schien unwahrscheinlich, dass das Haus einer Blume gehörte, nicht einmal einer intelligenten, sprechenden Blume. Aber die Wärme im Haus war eine willkommene Abwechslung nach einem Tag im Morast. So sehe ich das auch. Und los geht's, Freunde. Awesome. Alter, leck mich am Arsch, ey. Hexen mögen Zauberer nicht besonders. Eine Hexe, sagst du? Allein zu kleinen Details, wenn du hier so lang läufst und dann der Schatten hinten an der Wand da, wa? Uh, 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 uh. Yeeeey! Siehst aus wie ein Gorilla, Alter. Da ist ein Eintopf. Uh, 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 uh. Hä? Hä, kommen jetzt noch mal neue Dinger? Wat? Ja, ich komm da auch sonst so hoch, aber du wolltest es eigentlich auch stilvolle Art und Weise machen. Oh, hier oben ist noch, hier oben ist noch was. Direkt über uns, über uns sind noch ein paar Kugeln. Oh, fuck. Oh, fuck. Nein! Oh, fuck!